Herr Kinder, was geht denn bei euch ab, Junge? Willkommen zu meinem kleinen Spezialvideo. Vor einem Monat habe ich das ungefähr geplant. Rasieren und wieder den Bart wieder sprießen lassen. Ich dachte mir, ich mache 30 Tage lang immer ein Video, aber nach 5, 6 Tagen war es eigentlich wieder da. Deswegen ist es jetzt nicht so langwehrig. Egal, guckt rein. Das bin ich direkt nach der Rasur. Es fühlt sich so krass an, einfach so weich. Es sieht total komisch aus, wenn ich mich da in dem Bild sehe. Ich sehe aus wie 16. Ja, Tag Nummer 2. Es ist schon wirklich dunkel, stoppelmäßig und so was. Ziemlich rau. Jetzt will ich über einen mit herausschauenden Nägeln gespickten Acker fahren. Willkommen zu Tag 3. Der Bartwuchs-Sache. Ist voll rau und so halt, ne? Bartmäßig eben halt. Ihr wisst schon, wenn du es seid, muss ich demnächst eh wieder wegrasieren, weil da will ich ja eh nicht, ne? Nur da, oh. Guck mal, man sieht es jetzt schon ziemlich stark. Ist aber auch gar nicht mehr so kratzig. Ist jetzt schon so lang, dass es auch weich wird. Voll lang schon. Ich muss nicht wieder rasieren. So, also wie bereits erwähnt, ist es nicht wirklich viel geworden. Und da war der Bart wieder da, nicht wahr? Also ich gefällt mir mit Bart deutlich besser, weil ich dann immerhin wie 20 aussehe. Und nicht wie 16. Und dabei bin ich 24, wie ich hab halt so ein Babyface. Aber naja, im Stehen sehe ich viel männlicher aus, oder? Kommen, meine beiden Schultern. Muss jetzt im Friseur. Und das mache ich jetzt auch die Tage. Also nicht erschreckt, wenn ich demnächst wieder blub, kurze Haare ab, gell? Da an den Ohren muss ich halt wieder, ne? Und so, muss wieder ran. Also dann vielen Dank fürs Zusehen, ne? Lasst euch auch mal ein Bart wachsen. Egal ob Männer oder Frauen, scheißegal. Lasst ihn wachsen. Ciao! Ciao!